Irgendwas mit Fotografie. Ja, der Fotografie-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts. Diesmal sogar mit Video. Eine ständige Weiterentwicklung hier. Ich freue mich darüber auf jeden Fall und ich finde es cool, dass ihr auch wieder dabei seid. Danke dafür. In der heutigen Folge geht es um die Porträtfotografie und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, was Porträtfotografie für mich eigentlich bedeutet. Porträtfotografie ist das Abbilden von Menschen. So, und jetzt muss man hier mal unterscheiden, finde ich, zwischen einer klassischen Porträtfotografie in einem Studio oder auch einer Porträtfotografie von Menschen irgendwo unterwegs oder auch dem klassischen Passbildfoto zum Beispiel. Auch eine Form der Porträtfotografie nicht unbedingt die spektakulärste oder spannendste Variante, muss man auch dazu sagen. Wenn wir uns aber das Thema anschauen, dann stellt sich auch hier, wie bei allen Themen in der Fotografie, die Frage, was möchte ich eigentlich zeigen? Und für mich ist Porträtfotografie immer etwas, wo ich die Persönlichkeit eines Menschen zeigen möchte. Und wenn ich jetzt Passbilder hernehme, dann ist die Persönlichkeit hier einfach nicht gefragt. Das heißt nicht, dass Passbildfotos nicht auch gut werden können oder sollen, sondern es geht nur darum, dass es einfach andere Vorgaben sind. Das heißt, ein Bild kommuniziert immer anders, je nachdem, wie ich es halt anlege und wie ich es halt mache. Und das ist das, was wir als Fotografinnen und Fotografen so als, oder was ich als unseren Auftrag sehe, dass wir eben versuchen zu überlegen, was wir mit unseren Fotos eigentlich für Geschichten erzählen wollen. Und das geht in der Porträtfotografie ganz genau gleich so wie in allen anderen Bereichen der Fotografie. Und wenn ich mir mal Gedanken gemacht habe, warum ich eigentlich ein Porträtfoto mache von jemandem, dann habe ich schon einen riesengroßen Schritt gemacht aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Dann heißt es nicht einfach nur, keine Ahnung, damit halt jemand toll ausschaut oder es sind Bewerbungsfotos oder was auch immer, sondern ich versuche jetzt mal einfach zu überlegen, wie wäre das, wenn ich ein Foto mache, auf dem ich die Persönlichkeit eines Menschen zeigen kann. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr spannend, das zu machen und das Gefühl zu bekommen für jemanden, der fotografiert wurde, dass ich an seiner Persönlichkeit interessiert bin und ich versuche mit meiner Fotografie das herauszuarbeiten. Und wie mache ich das jetzt aber? Das ist natürlich, klingt vielleicht einfach, die Umsetzung ist aber alles andere als einfach. Und worum es halt hier geht, ist Kommunikation. Das heißt Kommunikation mit den Menschen vor der Kamera. Und einer der größten Fehler in der Fotografie ist die fehlende Kommunikation mit den Menschen oder den Personen. Also ja, das ist dasselbe, aber ich meine den Objekten, weil das können ja auch zum Beispiel, nein, anders gesagt, wie in eine Sackgasse geredet. Also die Kommunikation mit Menschen oder Tieren oder lebendigen Dingen vor der Kamera. Also Dinge, die Kommunikation verstehen. Sagen wir es mal so, ja, wenn ich jetzt eine Tischlampe fotografiere, dann ist die Kommunikation wohl nicht so sinnvoll oder angebracht. Könnt ihr natürlich auch versuchen, vielleicht werden die Fotos besser. Wer weiß. Ja, gut. Aber zurück zum Portraitfotografieren. Wenn ihr jetzt nachdenkt und ihr jetzt überlegt, wie ihr jetzt Menschen fotografiert und dann kommuniziert sie mit den Menschen vor der Kamera. Und da geht es aus meiner Sicht nicht darum, dass man eben seinen eigenen persönlichen fotografischen Stil zwingend durchzieht. Komme, was wolle. Sondern es geht darum, dass man in den Austausch geht mit der Person, die vor der Kamera ist. Und so entstehen dann auch grundsätzlich mal Portraitfotos, die Persönlichkeit zeigen eines Menschen. Weil ich kommuniziere mit den Menschen. Und je mehr ich kommuniziere mit den Menschen, desto besser werden die Fotos auch. Und da sage ich nicht, kommunizieren heißt nicht, wirft dich in Pose 1, 2, 3. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, das Sprechen mit den Menschen. Redet mit den Menschen vor eurer Kamera. Kommuniziert mit denen. Und probiert es mal Folgendes. Die Kamera einfach wegzulegen und trotzdem mit den Menschen in Interaktion zu gehen. Und dann entwickelt sich ein Gespräch über, was auch immer. Auch über das Fotosetting, über die Aufregung, über das Licht. Oder vielleicht fragt dich jemand, mit welcher Kamera du fotografierst. Oder erzählt dir, dass er schon oft vor der Kamera gestanden ist oder noch nie vor der Kamera gestanden ist. Und das sind die Momente, die Zeit brauchen in der Fotografie. Das ist die Arbeit, die gemeinsame Arbeit an dem Foto. Wenn also die Fotografin oder der Fotograf gemeinsam mit der Person vor der Kamera an diesem Foto arbeitet. Und natürlich kann man auch im Vorfeld Dinge vorbesprechen. Was wollen wir jetzt machen? Was für Outfits wollen wir verwenden? Wie sollen die Fotos werden? Welche Richtung soll das gehen? Das kenne ich natürlich auch. Das meine ich aber jetzt gar nicht. Sondern ich meine wirklich das Arbeiten in dem Moment gemeinsam mit der Kamera. Wenn ihr alles aufgebaut habt, die Kamera steht und die Person steht vor eurer Kamera. Und dann geht es um die Kommunikation. Und ich kann euch sagen, dass das mit Sicherheit die besten Fotos werden, die ihr jemals gemacht habt. Das ist zwar eine ziemlich wilde Formulierung, aber ich traue mich es mal zu sagen. Schreibt es vor gerne in die Kommentare, wenn es anders wird. Dann können wir das diskutieren. Und ich nehme keine Garantie dafür, dass das stimmt, was ich hier sage. Aber es ist eine Vermutung. Und diese Vermutung, woher kommt die? Die kommt aus der Erfahrung. Weil ich habe jahrelang einfach wirklich auch immer wieder für Firmen Mitarbeiter fotografiert zum Beispiel. Und da erlebt man die unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedliche Situationen. Und da macht es einen riesengroßen Unterschied, ob man jetzt mit den Menschen in Kommunikation tritt oder ob das etwas ist, wo jede Person, keine Ahnung, nur eine Minute Zeit hat vor der Kamera und dann die nächste Person, die nächste Person, die nächste Person. Das wird also dann nicht so gut, wenn ich mir diese Zeit nicht nehme. Weil Porträtfotografie ist Kommunikation. Und nicht nur, wenn ihr ein Studiosetting habt, auch wenn ihr mit den Menschen unterwegs seid, wenn ihr eine Porträt-Serie machen wollt. Und ihr seid unterwegs, keine Ahnung, und euer Fotoshooting ist im Wald geplant zum Beispiel. Und dann geht ihr in irgendeinen Wald und macht dort ein Shooting oder auf einer Wiese oder auf einem See. Ist ja egal. Also wenn ihr unterwegs seid und mehrere Fotos entstehen, auch dann ist es eigentlich ein gemeinsames Erkunden der Situation. Aber ihr habt halt auch die Kamera dabei. Und ihr müsst versuchen, wegzukommen von dem Gedanken, dass die Person mit der Kamera in irgendeiner Art und Weise besser oder höher gestellt ist, als die Person vor der Kamera. Sowas merkt man auf Fotos. Und der Zugang ist auch nicht richtig. Egal, wie viel Kohle ihr ausgegeben habt für Equipment. Das macht auch keinen Sinn, bringt auch nichts. Und ihr seht das auch bei den Fotos. Man sieht bei Fotos, ob es ein gleichberechtigter Austausch kommunikativ war zwischen Person vor der Kamera und hinter der Kamera oder nicht. Und das ist das, was Persönlichkeit ausmacht eines Menschen. Also wenn sich jemand wirklich in seiner Persönlichkeit der Fotografin, dem Fotografen offenbart, dann wären es interessante Fotos, dann wären es starke Porträtfotos. Das ist das, was Fotografie auch so interessant und so spannend macht. Und nicht das Vorgeben von irgendwelchen unnatürlichen Posen, wo sich dann jemand hineinzwängt in eine Position oder versucht, etwas zu machen, wo irgendwie vielleicht die Vision gar nicht so die gemeinsame war. Und deswegen ist Porträtfotografie aus meiner Sicht, das könnt ihr natürlich anders sehen, das Herauskehren der Persönlichkeit von der Person vor der Kamera. Und dafür hilft wirklich die Kommunikation sehr, sehr viel. Je besser ihr kommuniziert mit der Person vor der Kamera, desto besser werden eure Fotos. Und schaut euch mal Fotos an, auf Insta oder wo auch immer, von Menschen, die Menschen fotografieren. Welche Fotos sind die, die euch interessieren? Sind das die gestellten Fotos, die jetzt irgendwie austauschbar sind? Wenn ihr sagt, okay, das ist jetzt ein Setting und jetzt kann ich da eine Person in dieses Setting hineinstellen, ein bisschen Styling machen und dann kann ich eine andere Person nehmen, dasselbe Styling, dasselbe Setting und dann wird das Foto relativ ähnlich. Es hat dann nichts mehr mit der Person zu tun, sondern nur mehr mit dem Setting und dem Styling. Und deswegen finde ich, dass Persönlichkeit ebenso wichtig ist in der Fotografie und die Fotos interessanter sind, wo ich das Gefühl habe, ich kann die Persönlichkeit eines Menschen erkennen durch dieses Foto. Schaut sich mal Fotos von den wirklich großen Fotografen und Fotografinnen auch an, die Porträtfotos machen. Das sind andere Fotos als das, was man normalerweise so sieht, wenn man sagt, okay, man macht ein Fotoshooting XY, das immer standardisiert gleich ist, finde ich. Und natürlich kann man das machen und natürlich gibt es auch Nachfrage danach, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich persönlich finde es nur interessanter und stärker, wenn man es schafft, sich wirklich Zeit zu nehmen, wirklich die Persönlichkeit der Person herauszuarbeiten in einer Porträtfotografie-Session. Und das ist das, was Fotografie so spannend macht. Und das ist die Magie der Fotografie, dass ihr über Kommunikation, Verbindung herstellen könnt und es dann schaffen könnt, die Persönlichkeit des Menschen zu zeigen in einem Foto. Danke fürs Dranbleiben, das war es schon wieder der heutigen Ausgabe und irgendwas mit Fotografie. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.